So, da sind wir wieder, tut mir leid, ich wurde unterbrochen von 200 Telefonaten, die eher wichtiger waren. Ähm, ja, ich habe das mal im leitenden Zustand gemacht, da ich mit meinem Bruder deshalb gequatscht habe. Äh... Oh, die hat das Rätsel bei ihm gelöst, ne? Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Habt ihr gesehen? Müsst ihr gesehen haben. Kein Platz, mir egal. Komm. Jo. Das war natürlich noch ein Stück einfacher gewesen, einfach alles aufmachen, statt einfach alles zu zählen. Aber gut. Konnte man natürlich nicht, ne? Dann kannst du ja erst aufmachen, wenn man drin ist, ne? So, Prüfung gemeistert und deshalb bist du der auserwählte Held. Danke, weiß ich. Warnabos! Haben wir jetzt das erste von drei Zeichen, noch zwei weitere Zeichen, dann haben wir das auch geschafft. Das ist Gerudo-Zeichen? Warte mal. Ach. Ne, oder? Ist das das Gerudo-Zeichen? Weiß ich nicht. Ich finde es cool. Oder war das das Elektro-Zeichen? Ich weiß gerade nicht. Ähm, ich finde es cool, dass man aus dieser Figur Impa, die man in Skyward Sword hatte, diese Figur gemacht hat. Und zu verstehen, was ich meine. Äh, Impa hat ja auch meditiert, gebetet, äh, und gewartet, bis wir da waren. In Skyward Sword. Und das hat die Person ja in dem Fall jetzt auch gemacht, die wir jetzt gerade gesehen haben und die vanished ist. So. Wir gehen jetzt mal da lang und gucken, ob wir das auch finden, was wir denn da suchen müssen. Boah. Ich bin gerade richtig happy, also. Ein Moment. Ein Moment, bitte. Äh, ja. Denn wir können auch da oben wieder raus. Das ist einer meiner liebsten, ähm, meiner liebsten, ähm, ähm, Apelbrinte. Äh, ich weiß nicht. Entweder ich mache den Guide aus Footage, das ich schon aufgenommen habe durch das Let's Play selber, was natürlich auch Sinn ergibt. Ähm, oder ich mache das alles nochmal ein bisschen fresh, ein bisschen neu, ein bisschen aufgelockerter. Aber, äh, weiß ich noch nicht. Uns fehlt nur noch wirklich, äh, Uboza. Uboza's Fury, äh, als, äh, Upgrade. Dann haben wir auch alles. So. Wir sind nicht weit weg von der Person, von dem Ort, wo wir hin müssen. Wir sollten mal andere Kleidung anziehen. Uboza gibt es diese männliche Würstenkleidung, die wir natürlich nur in der Würste benutzen dürfen und nicht, äh, um bei Gerudo reinzukommen. Also, ein bisschen schade, aber kann man nichts machen, ne? So. Da haben wir ein paar Statuen. Also, generell jedes Setting in jedem Abschnitt dieser Welt, also, es ist alles völlig Zelda-like. Wäre komisch, wenn es kein Zelda wäre, wenn es dann Zelda, also wenn es ein Zelda wäre, aber nicht Zelda-like wäre. Was ich damit meine. Ähm, ihr seht diese Map jetzt, die ist leider einfarbig, mehr oder weniger einfarbig. Also, man sieht quasi hier sehr viel Wasser, das sind die Zoras, dann sieht man hier sehr, sehr viel Feuer, Gerudo. Hier sieht man sehr, sehr viel höhere Gebiete, das ist also Orni. Hier sieht man eine ganze Wüste, das ist Gerudo. Worauf ich hinaus will. Äh, nennen wir mal die Map von Minish Cap zum Beispiel. Man hat genau eingeteilt, wo welches Gebiet für was steht. Man hat das bei, äh, A Link to the Past ebenfalls. Es gibt immer solche, das ist jeder, jeder Hyrule-Map wirklich, überwiegend jede Hyrule-Map hat wirklich diese, äh, diese... Abschnitte, die halt eingeteilt sind zu den jeweiligen Völkern und das finde ich richtig geil. Ähm, wobei ich schade finde, dass zum Beispiel dieser Wald, der müsste rein theoretisch hier sein. Wie ich darauf komme, wenn man das jetzt nimmt und das hier eventuell mit dem Schloss ein bisschen nach oben packt, dann hat man zumindest das Gebiet von Hyrule, äh, von Ocarina of Time so ein bisschen. Nur, um das mal klarzustellen. Nicht, dass es was Schlechtes ist, da ist übrigens ein Schrein, den konnte man nur erreichen, wenn man, äh, auch Oborosers Fury hat. Und, ich hoffe, dass wir jetzt nicht auf Mulduga treffen. Denn ihr kann, soweit ich weiß, auch Mulduga finden. Und auch töten. Ich habe nur bis jetzt davon gehört, ich habe es noch nicht einmal gesehen, weil ich mich so, so wenig in jeweiligen Gebieten aufgehalten habe, wie es möglich ist. Das heißt, mein Playthrough wird jetzt nicht der optimale Playthrough, das will ich gar nicht behaupten. Also optimal im Sinne von, äh, dass es der Playthrough ist, um am schnellsten das Spiel durchzuspielen, das will ich gar nicht behaupten. Ich wünschte mir, und das wünschte ich mir dezent, ich wünschte mir, ich hätte die Möglichkeit, das Spiel so durchzuspielen, wie zum Beispiel mein lieber Kollege Mo. Ähm. Den jetzt einfach beim Vor-, also zum, beim Spitznamen. Ähm, der hat's nämlich so gemacht, der hat das Spiel angefangen, der hat jedes Gebiet einzeln durch, durchforstet, der hat das wirklich durchkämmt, der hat sich wirklich ein, kam dafür genommen, hat das, äh, nach und nach durchkämmt. Und ich wünschte, ich hätte die Möglichkeit dazu, das nochmal so zu, zu erleben. Nicht, dass es, äh, nicht falsch ist, dass ich das so erlebt habe, wie ich es erlebt habe, aber ich hab, äh, viel zu viel gerusht. Ich habe, bin ich ehrlich, ich habe, bei der Wii U-Variante habe ich schon zu viel Erfahrung gesammelt und die einfach mit in die Switch-Version mit reingenommen. Natürlich rein theoretisch dasselbe Spiel, nur halt die jeweilige Ports, aber ich finde es halt dennoch, ich weiß nicht, ich finde es, ähm, arg komisch, dass ich, äh, sofort das so durchgezogen habe, wie ich es durchgezogen habe. Habe ich die Wii U, äh, Folgen eigentlich noch von dem Spiel? Ich glaube nicht, die habe ich damals auch vom Kanal runtergenommen, weil ich die Switch hatte und dann natürlich bei der Switch anfangen wollte. Hat uns so ein bisschen nach hinten geworfen, aber ist halt so. So. Was gibt's denn? Ich bin zur Recherche hier. Das sieht man doch. Recherche? Jetzt aber wirklich, sag nicht, du weißt nicht, wen, wen du vor dir hast. Gibt's doch nicht. Und, Kletis, Gerüchte hier kennst du dann wohl auch nicht, oder? Doch, natürlich. Sehr schön. Wenn du jetzt behauptet hättest, du kennst Kletis' Gerüchte hier nicht, weiß nicht, was ich getan hätte. Übrigens steht vor dir jemand anderes als Kletis persönlich. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Was ist denn für deine, was ist denn das für eine gleichgültige Reaktion? Kannst ruhig zeigen, wie beeindruckend du bist. Ah! Ich bin es persönlich, Kletis vom Kletis' Gerüchte gehör. Nein! So. Ich wünsch dir jedenfalls weiterhin viel Vergnügen beim Schmürkern an Kletis' Gerüchte gehör. So ganz nebenbei, ich bin hergekommen, um mich nach spannenden Gerüchten umzuhören. Und wo du schon hier bist, kann ich dir gleich eins erzählen, das ich noch in kleinem Buch veröffentlicht habe. Titan hat sich gerade beruhigt und die Blitze haben aufgehört. Und dann erscheint ein seltsamer Moldora. Das wird eine großartige Geschichte. Die Rodokriegerin versuchte sie zu bekämpfen, aber mit normalen Schwertern lässt sie sich nichts ausrichten. Lässt sie sich nichts ausrichten. Ich frag mich, welche Waffe einem da weiterhelfen könnte. Mit Blitzsachen vielleicht, kann das sein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. A thank you. Oh nein. Ich beschütze dich. Nein, wir hätten das vorher auslösen sollen, dann wären wir jetzt nicht gestorben. Wurde nochmal nur angerufen, toll. Jetzt habe ich es nicht mitbekommen, ist halt schade drum, aber... Ja, beim Zocken, man. Du müsstest nochmal wissen, ich habe gesagt, ich nehme auf, also sollte... Ernsthaft jetzt, also wieder das ganze Spiel von vorne. Sandrobben, friedliche Lebewesen, kennen wir schon. Also nochmal den ganzen Weg, dann nehme ich ein Teleportziel. Ich speichere dann das Teleportmetallion, speichere ich das Sicherheitshalber nochmal und dann wird sich Molduga nochmal angenommen. Wir hätten auch die Waffe mitnehmen können, um Molduga richtig zu besiegen, aber das ist mir gerade nicht so wichtig. Wir haben ja Obosas Zorn und ich glaube, mit dreimal Obosas Zorn wird das auf jeden Fall was, weil wir haben mega viel abgezogen. Und haben wir Elektrofeile? Haben wir Elektrofeile? Haben wir Elektrofeile? Haben wir Elektrofeile? Und wir haben auch die richtigen Würgen dafür und die Batterielisten. Verdammt! Danke Twitch fürs Bescheid sagen. Könnte ich das jetzt wohl an Kabel anstecken, dass wir zumindest keine Latenz haben. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir das sogar in ein paar Stunden gelöst, das ganze Spiel noch. Also ich will auf jeden Fall, wenn das DLC raus ist, höre ich auf jeden Fall auf. Also ich mache dann eventuell die letzten Schreine im Livestream, ich weiß noch nicht. Das habe ich vielleicht so gedanklich schon mal vorgehabt, dass ich die Schreine dann im Livestream mache, um auf jeden Fall nicht jetzt auf 100% zu kommen. Das wird auf jeden Fall schwierig. Das mache ich in einem anderen Playthrough, den ich privat durchziehe, wenn ich Zeit habe, wenn ich wirklich Bock habe, das Spiel auch mal wirklich zu spielen. Am Wochenende vielleicht mal so 3-4 Milliarden Stunden suchten und zu gucken, wie weit ich komme. Weil ich habe ja durch dieses Let's Play und durch meinen Privatspielstand und auch durch den einen oder anderen Testspielstand habe ich einige Erfahrungen gesammelt und die möchte ich in einem neuen Playthrough umsetzen. Und dadurch werde ich wieder Erfahrungen sammeln, ist natürlich logisch. Das Spiel hat einen sehr, sehr hohen Wiederspielwert bei mir. Das ist jetzt auf jeden Fall mega anders im Sinne von, ich habe andere Spiele sehr, sehr selten gespielt. Ich sage mal so, zum Beispiel jetzt das Spiel Fable The Lost Chapters. Habe ich vielleicht zweimal gespielt, nicht einmal durchgespielt, ich hatte da nie wieder Bock drauf. Ich habe da jetzt wieder Bock drauf, nur mal so zur Info nebenbei. Ich habe die Spiele wirklich nicht durchgespielt. Ich habe zumindest immer so weit gespielt, dass ich quasi das Spiel Grundspiel Fable durchgespielt habe. Aber die DLCs zu Fable, die mit The Lost Chapters dazugekommen sind, das sind quasi DLCs, kann man so sagen. Da ging es halt noch ein bisschen weiter und ich weiß nicht, ob euch das Spiel was sagt. Wir müssen weiter nach davor, um das erreichen zu können. Ich werde einfach mal gucken. Nach dem Spiel werde ich auf jeden Fall das Spiel noch weiter spielen. Es sollte ein Kollege von mir schon ausgeliehen haben, ich kann es auch verstehen. Das ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich habe ihm auch gesagt, er sollte sich das eher kaufen. Er möchte sich jetzt aber lieber ausleihen, damit er nicht dauerhaft daran sitzt, sondern damit er wirklich zeitlich das Spiel durchkriegt, soweit habe ich das verstanden. Ich finde aber, das Spiel ist aus meiner Sicht ein Must-Have für jeden Switch-Spieler, der dieses Spiel auch gerne spielt. Das ist jetzt nicht gelogen, das ist mein voller Ernst, das ist für mich ein Must-Have. Ähm, ich kann es nicht beschreiben warum, aber es ist halt einmal mehr oder weniger ein Launch-Titel von der Switch, mehr oder weniger sage ich, weil es kam, ich glaube ein paar Monate nachdem die Switch rausgekommen ist, kam das Spiel. Aber ich muss sagen, es ist halt das perfekte Paradebeispiel für dieses Franchise, für diese IP von Nintendo. Und, ähm, Nintendo hat damit überwiegend nur gute Sachen gemacht. Man kann natürlich auch darum streiten, dass man sagt, ja, äh, die Schreine hätten sie weglassen können, dafür dann hätten sie es nehmen können und wieder Herz-Teile einbauen können. Wäre auch geil gewesen, aber wenn man sich überlegt, wir kriegen jetzt, ich glaube, 30 Herzen hin. Ich glaube es waren 30 oder waren es 20? Ich will nochmal schnell nachgucken. Ähm... Schauen wir mal. Schauen wir mal. Tipps, äh, äh... Ähm... Ist das richtig? Diese werden optisch in zwei Reihen zu je... Also werden 30 maximalen Herzen möglich sein. Ähm... Was ist das denn für eine Map? Wo liegt das denn? Achso, das ist Hatternone, ne? Ja, finde ich aber auch nicht schlecht. Ähm... Am Anfang hat Link 5 Ausdauercontainer. Im Laufe des Spiels können maximal 15 Ausdauercontainer erreicht werden. Diese werden optisch als grüne, nachts, türkise Ringe dargestellt. Jeder dieser Ringe besteht aus fünf Segmenten, sodass maximal drei Ringe möglich sind. Im Normalfall sind alle Segmente gefüllt. Bei Aktionen, die Ausdauer benötigen, rennen, klettern, äh... rennen, gleiten, klettern, schwimmen und mehr, verringern sich die Füllmenge wie ein rückwärts laufendes Stoppuhr. Wenn er abgelaufen kann, dann kann Link seine Aktion nicht mehr weiter ausfüllen. Link stürzt dann ab oder ertrinkt. Sobald Link wieder festen Boden unter den Füßen hat und nicht rennt, füllen sich die Ausdauercontainer wieder auf. Darüber hinaus kann Link unter anderem durch speziellen Proviant... Oh ja, das kennen wir alle schon. Ähm... Ähm... Ich habe auf jeden Fall auch vor, nicht jetzt Zelda Breath of the Wild zu kategorifieren. Ähm... Ich habe auf jeden Fall die Idee dahinter, dass ich, ähm, selber mir eine Map hinhänge. Ich habe hier jetzt quasi eine Pinnwand. Ob ich mir nicht eine Map einfach nehme, die ein bisschen größer ist. Ich kann mir eine kaufen, keineswegs. Ist völlig möglich. Ähm... Ich möchte die aber eventuell dann auch wirklich zeichnen. Das wäre auch nochmal eine geile Idee. Ob ich mir nicht einfach jeden einzelnen dieser Orte nehme, die nachzeichne, dann aneinander klebe. Eventuell Tablonen mäßig. Ist auch nicht schlecht. Ähm... Naja, egal. Ähm... Ich speichere mich mal eben kurz ab. Ich will jetzt das Spiel nicht beenden. Keineswegs. Ich will das am liebsten durchziehen, damit ich das fertig habe. Nicht, weil es mir kein... Wie bitte? Molduga! Das lukt hier einfach gar nicht. Finde ich gut. Ich speichere ab, wo Molduga kommt. Finde ich auch nicht. Ja... Wart uncool. Ich glaube, Molduga despawned, aber hat mich auf jeden Fall schon wieder gesehen. Schauen wir mal. Am meisten Schaden. Damit... Warte mal. Ich beschütze dich. Danke. Danke. Es ist keine richtige Entität. Verdammt. Es ist keine richtige Entität. Verdammt. Shit. Okay. Muss ein bisschen anders angehen. Aber wir wissen jetzt, dass Molduga beim Speichern auf jeden Fall auch mal auftaucht, ne? Von daher. Na ja. Warte mal. Natürlich. Das lässt sich Molduga natürlich auch nicht wegnehmen, ne? Aber Molduga kommt auch schon in unsere Gegend. Ah, Moldora. So. Das war dumm. Ich beschütze dich. Ja, wir sind zu, wir sind zu, äh, wir brauchen solche, ähm, wie heißen sie? Also, wir brauchen solche Robben. Ohne Robben macht das keinen Sinn. Ich glaube, es macht ohne Robben. Also, wir können es natürlich auch ohne Robben probieren. Aber ich glaube, einmal markiere ich mir sowieso nochmal den Schrein da, weil den konnten wir nicht machen, als, ähm, als Dingens weg war. Aber wir holen uns so eine, so, so eine Robbe und dann machen wir das eben schnell fertig, weil mit Robbe hat man natürlich mehr Bewegung und man kann auch schnell durch die Gegend und dann wird man nicht direkt von Molduga durchgenommen. Wie so ein Stück Dreck, was auf der Straße liegt, sondern... So. Die Robben kosten, weiß ich nicht wieviel, oder das 5 Rubinen, 10 Rubiner. Ich probier's mal mit der, mit der Kleidung da rein. Wenn das mit der Kleidung passt natürlich, ist das natürlich geil, ne? Aber ich glaube, mit der Kleidung kommen wir da auch nicht rein, oder? Ne. Nicht schade. Gehenbleiben. Was glaubst du eigentlich, wo du hingehst? Ein Woi darf die rote Stadt nicht betreten fort mit dir. Schade. Manu. Manu, Manu. Also zieh ich mich mal vor euren Augen um. Ups, ähm, das war falsch. Gut. Oh nein. So. Nicht gut. So. Hier sind natürlich weitere Wai. Oder waren's Wai? Wir holen uns hier nochmal, ähm... Wir holen hier nochmal ein paar Elektrofeile vielleicht. Elektrofeile. 140. Alles. 24 nehme ich gerne. Natürlich! So, das heißt, wir haben jetzt genug Pfeile. Gibt da auch einen guten Glitch eigentlich, um diese Pfeile nicht zu verbrauchen, sondern zu gebrauchen. Und wir nehmen so einen Doppelschussbogen, aber natürlich immer noch umfliegen. Inventar. Und wir nehmen ein Elektro... Pfeil. Und keinen Bombenpfeil. So. Wo waren denn die Ställe von Sonntropfen? Wo war das denn? Das... Hier kann man natürlich beten, wenn man möchte. Mach ich aber nicht. Aber ich kann doch auch so. Du... Bewachst einfach nur die Ställe hier. Was bist du eigentlich für... Ähm... Oh, der hübsche junge Woi. Okay. Wenn du den ganz weiten Weg hier gekommen bist, würdest du ein Weilchen bleiben und mit einem Doppelern? Was? Ich habe mich gerade Woi genannt. Kann sein, dass jeder weiß, dass ich ein Woi bin. Anders? Oder hat sie gerade Wai? Äh... Achte nicht immer leider... Ich lache... Ich achte leider nicht immer ganz darauf, was gesagt wird. Habe ich denn noch irgendwelche, äh... Attacksstärkenden... Geschichten dabei? Vielleicht kann ich die ja benutzen um... Mold... Moldova. Nicht Molduga. Ich sag mal Molduga. Ich weiß nicht, wie ich auf Molduga komme. So... Ich glaube, im Original ist es Molduga, ne? Kann das sein? Da sind die Kriegergeschichten. Wo sind die Ställe? Gläse. Oh... Fremde. Also ich... Ich wollte hier ein Obstfeld anlegen. Ich habe Abfall weggeräumt. Unkraut geht. Die Beete umge... Umgegraben. Und habe mich ganz so lange strengt. Aber... Aber... Es wurde ganz viel Abfall angeschwemmt. So ich... So ich das Wasser... Nicht mehr zu... So ich das Wasser nicht mehr zu gebrauchen. So ich das Wasser nicht mehr zu gebrauchen. Und ein Feld kann ich auch nicht mehr anlegen. Hm... Der Umweltsinder... Der Umweltsinder... Oh ne... Ich wollte die Mission gar nicht annehmen. Aber du kannst hier rund ums Dorf... Kannst überall Mission annehmen. Dann kannst du ein Donnerheim dafür. Du kannst auch für'n Donnerhelm holen. Okay hier kommen wir ein bisschen wieder nach vorne. Das ist bestimmt einfach nur zum Schlafen. So... Irgendwo war noch die Stelle. Waren die ganz vorne? Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Jaaa... Haben wir noch nen Hammer. Eine Fahrt nur 20 Rubine. Wasaa? Wenn du die weite Gerudewüste durchqueren willst, solltest du über ne Sandruppe nachdenken. Eine Fahrt nur 20 Rubine. Und wenn du ein Schild brauchst, kann ich die auch dafür für Biene weiterhelfen. Ähm... Haben wir das denn schon gemacht? Haben wir denn ein gutes Schild dafür? Ich glaube wir haben das... Haben wir das Filia Schild eigentlich schon dafür geholt? Nein haben wir nicht. Das ist sehr sehr schade. Aber... Was ist das denn? Was hat das denn für Attribute? Schildblock? Ich nehm aber mal so eins hier. Und dann mit Freya rede ich mal gerne. Ist die im originalen Freya vielleicht? Kann das sein? Nein. Ähm... Das ist der beste Transportweg, um durch die Gegend zu kommen. Moldova willkommen! Ja wir können auch von Dingels auch aus kämpfen. Das finde ich gut. Wissen Sie was mir gerade mal so aufgefallen ist? Das kann ich mal so nebenbei erwähnen. Ähm... Das Schiff von Winterbaker heißt der Leunenkönig. Und es gibt ja Leunen. Also Leine. Ich bin ja schon. Hier ist Moldova. Irgendwo in Moldova. Muss doch hier irgendwo sein. Oder kommt der noch am Tag? Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Da fehlen wir vorhin. What happens? Wir schaffen das auch ohne. Wir müssen das ohne Sandrope schaffen. Sonst bin ich sehr sehr traurig über mich selber. Aber ich glaube, das ist Sandrope. Haben wir nicht eine antike Pfeile übrig? Einfach kurz drauf. Muss ja auch weg sein, ne? Na, ist gut. Das kriegen wir auch ohne antike Pfeile hin. Müssen wir. Mhm. Okay. Wir teleportieren uns da nochmal eben hin. Wir nehmen einfach einen Speicherpunkt, ne? Wir müssen das auch ohne hinten kriegen können. Ich wüsste wie. Wir haben ja Revali Sturm. Wir können es nach oben. Dann ist er zumindest aufgedeckt. Da hinten crawlschartige Gegend. Dann finde ich sweet, sweet, sweet. Eben etwas anderes Schwertiges holen. Dann mal eben kurz andere Kleidung anziehen. Ähm. Ich darf mir eben zu mir nehmen. Ich darf mir eben zu mir nehmen. Ich darf mich welchen. rzn Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.